Hallöchen, 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 herzlich willkommen zu FIFA 15, nicht Ultimate Team, sondern Ultimate Pantiputta. Hallo Pantiputta. Hallo, Regenburt. Hallo. Lang ist her, dass du auf diesem Kanal zu hören warst. Wann war das das letzte Mal? War das WoW? Nee, das war dein Livestream. Ja gut, der ist ja nicht auf meinem Kanal. Dann war es WoW. Dann war es WoW, ja. Eine Weile her. Wir spielen endlich mal FIFA gegeneinander, aber nicht mit den Ultimate Teams. Weil da habe ich einen unfairen Vorteil. Wir spielen mit Bundesliga-Mannschaften und zwar ich nehme natürlich Bayer 04 Leverkusen. Und ich nehme natürlich... FC Heidenheim. FC Heidenheim. Ich glaube, ich nehme tatsächlich dann einfach Wolfsburg, weil es ähnlich ist wie deine Mannschaft. Okay. Gut, nur in der Defensive ist es stärker. Außerdem fahre ich Polo. Das ist meine persönliche Beziehung zu der Mannschaft. Ach so, ja. Ich habe leider keinen Fernseher von LG. Aber ich habe einen Monitor von LG. Ja, siehste. Das passt ja dann. Außer dann habe ich den Luiz Gustavo. Den habe ich glaube ich auch im Ultimate Team. Echt? Ich glaube ja. Ich habe den. Wo hast du den denn her? Ich habe ganz viele tolle. Ich habe auch den Kießling. Was? Ja, den finde ich aber ganz schön scheiße. Ey. Doch wirkt die Euphorie des Titelgewinns der vergangenen Saison nach. Du kannst das doch nicht wegdrücken. Ich habe glaube ich den Titel gewonnen. Kann das sein? Ist mir egal. Ohohoho. Er hat dazugelernt. Er hat lange gespielt. Lange geraged. Warum habe ich denn Goofy hier? Was hat denn der für Beine? Goofy? Ja, hier der Dost. Dost. Der Dost. Der Döst. Nicht wirklich. Aber wir haben ja im Livestream erfolgreich gegeneinander gespielt. Ja. Yes! Scheiße. Da war der Dost. Vielleicht doch einfach mal was du kannst. Ja. Was soll denn das? Leverkusen ist halt nicht mein Ultimate Team. Na fast. Fast. Ich habe ja einen Leverkusener Spieler in meinem Ultimate Team. Einen nur noch? Einen. Du hattest doch auch Bellarabi und so, oder? Nee, Bellarabi. Ich habe Bellarabi. Ach, ja, von mir. Ach so. Das war ja nur ein Wort. Dann muss der ja gut gewesen sein. Ja, halt gegen Müller und Reus kann er sich halt eher nicht durchsetzen. Aber Perisic, wer hat den denn? Habe ich ja auch. Oder einen Gegner von dir hat. Ich weiß es doch nicht. Kann auch sein. Die heißen doch alle gleich. Da ist Bellarabi. Karim. Komm, Knoche. Karim! Nein! Nein! Ich meine, ja! War Thor noch dran, oder? Ja. Meine ich doch. Jetzt. Gefährliche Ecken von Chantal Nulu. Wie im echten Leben. Total ungefährlich. Und Luis Gustavo macht gar nichts. Was? Das lasse ich nicht durchgehen. Was los? Ich habe wohl gefoult. Du bist auch ein Drecksau. Ich würde mich gerade drüber lustig machen, dass du bei Freistößen immer so Probleme hast. Warte mal, die nächste Folge von FIFA ab. Da machst du wahrscheinlich ein Tor. Hey! 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 Das war voll der Foul. Nee, das war ein Tor. Warte. Ja! Leck mich doch am Arsch! Da kündigt er das auch noch an. Aber vorher ganz eindeutig ein Foul. Und da ist er auch noch aufgestützt. Ach, der André. André Schurle. Der Schurle. Ja, ich habe die letzten drei Tage nichts anderes. Ich habe nicht geschlafen. Es scheint fast so. Oh, was war das denn? The Bräune! Aua! Ja, nix da. Aua. Mir fehlt ein bisschen der Happy... Hallo? Happy Yele. Die Yele fehlt mir ein bisschen in der Mannschaft. Der hat ja gewechselt zu irgendwas Amerikanischem. Komm, Schala! Boah! Vorteil, auf jeden Fall. Nee. Nee! Ja! Nee, das sehe ich nicht so. War doch tatsächlich ein Vorteil für mich. Hätte auch eine Karte gut sein können für mich. Ich glaube, die kommt noch. Meinst du? Ja. Ich glaube, die kommt noch. Simon Rolfes mit dem 2 zu 1. So sieht der auch aus. Da, siehst du, Robbenknoche? Dass du die absoluten Vornamen kennst, das irritiert mich immer so. Ich überlege immer, wo stehen die denn? Nee, Kette! Und alle... Oh! Und alle so, yeah! So, Luis... So, Luis... Lutz... Schala... No, Lu... Hakan, komm! Hakan, komm! Was machst du denn? Hakan, komm! Oh, du... Hakan, komm! Hakan, komm! Hakan, komm! Hakan, komm! Hakan, komm! Hakan, komm! Es gibt auch wieder ein Tor, ne? Das ist dir klar. Nein! Schade. Äh... Go, Kiesling! Oh! Go, Kiesling! Ach, scheiße! Torschuss! Was macht er denn? Wo köpft er denn hin da? Äh, 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 äh... Was? Was? Für wen? Für dich? Sonst wäre es ja keine gute Möglichkeit für ein Freistoß-Tor. Ja, das hat er doch bei mir nicht gesagt. Ach so, das ist nicht so ein Kronen. Rodriguez. Oh, 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 Ricardo. Los! Naja, fast. Entschuldige sich auch gleich. Sorry. Wo willst du hin? Das macht jetzt keinen Sinn. Fortzufahren. Hakan! Merk! Was ist denn los mit mir? Das Schöne ist, bei den ganzen Spielen, die wir nicht aufgenommen haben, habe ich, glaube ich, zweimal gewonnen von zwölfmal. Ja! Das ärgert mich gerade total. Ja. Wenn wir das zeigen, dann muss ich ja zeigen, was ich kann. Ja. Nee, behalten wir den Ball. Behalten wir. Jetzt kann ich ihn nehmen. Bin zu spät! Ah! Es liegt einfach an Wolfsburg. Was? Was war das denn? Darfst du den denn dann annehmen? Das war, glaube ich, kein absichtlicher Rückpass. Also, dann dürfte ich ihn nicht in die Hand nehmen. Das stimmt wohl. Du darfst ihn immer in die Hand nehmen. Der ist ausgerutscht! Zack! Alter Vater! Wieso Ecke? Ja, weil das kein Tor war. Ach so, dann gibt es jetzt mal Ecke. So, Kiesling, jetzt aber. Nimm den Ball und lauf! Kiesling ist echt so ein kleines, dickes Kind. Nee, oh. Ach, abseits, komm. Können wir sie ausschalten? Abseits? Ja. Ich glaube, das kann man tatsächlich ausschalten. Echt? Wahrscheinlich nicht im Multiplayer. Ach so. Hast du das schon mal gemacht im Singleplayer? Alle Werte von dir hochgestellt? Nee. Das kannst du machen in den Settings. Da kannst du deine Spieler total schnell machen und den Antritt gut und dass sie alle Bälle treffen und so. Echt? Ja. Okay. So spielst du also. So spiele ich nur. Torwart! Oh! Äh, Kiesling! Kiesling! Oh! Nee, Kiesling finde ich total scheiße hier. Also ich weiß nicht, wie der in echt ist, aber in FIFA 15 finde ich ihn nicht gut. Der ist übelst langsam. Ja, der ist nicht der schnellste. Das stimmt wohl. Und dir ist klar, dass wir diese Folge nie raushauen können. Warum? Weil ich verliere. Ich hause raus. Wir hauen immer nur die Folgen raus, wo wir gewinnen. Ja, genau. Alle Folgen, wo ich gewinne, die gibt es bei mir zu sehen und umgekehrt. Genau. Oh. Bender. Riss. Äh, äh. Ja! Okay. So, noch ist nicht alles vorbei. Ja, noch. Ja, ich spiele auch schlecht, weil ich jetzt gerade ein Kreuzbandriss im rechten Knie habe. Ja. Das tut echt weh. Hast du tatsächlich ein Kreuzbandriss? Nein, aber irgendwas habe ich in meinem Knie verdreht und das tut weh. Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß es nicht. Ich habe mich irgendwie schlecht hingesetzt. Erst mal Kreuzbandriss. Schlecht hinsetzen. Danke. War's, Junge. So, jetzt ist die zweite Halbzeit, da wirst du nervös, jetzt foulst du die ganze Zeit wieder. So, wir wechseln mal. Sag das doch vorher, weil sonst, ich weiß doch nicht, dass man beim Fußball wechseln kann. Man kann den Fußball wechseln. Ja, das ist alles gut, glaube ich. Ja, doch. Alles super. Alles super, okay. Oh, falsche Richtung. Nee, kannst du ruhig weitergehen in die Richtung. Finde ich voll okay. Oh! Und? Nee, 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 nee. No, der war schon sehr gut. Nee, 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 nee. Ey, kann der den mal bitte, den Kopfball gewinnen, der? Zack. Zack. Nixer, zack. Habe ich ausgezackt hier. Was? Naido. Danke. Ah! Frolle. Eine Apfelschürle. Ja, genau. Bleibt beide einfach stehen. Weißt du? Ah, kleck mich doch am Arsch, ey. Was das für riesige Spieler sind alle hier. Ja, da sind drei um ihn rum, weißt du? Aber der ist einfach 2,95 Meter groß. Dann bräuchte ich hier Körpermaße eines Basketballers. Nein. Sind alle aus dem Häuschen jetzt. Die sind ja riesig in Wolfsburg alle. Dabei brauchen die so kleine Autos. Ah! Ja! Ich habe gerade kurz gedacht, Eigentor. Nee, mein Einwechselspieler Castro. Der jetzt nach Dortmund wechselt für 11 Millionen Euro. Fiedl. Fiedl Castro, genau. War 16 Jahre in Leverkusen. Und dann wechselt der? Dann wechselt der, ja. Das ist auch nicht so nett, ne? Nee, neben ihm auch viele Übel. Was für Gefühle hast du dabei? Ich weiß es nicht. Er hat mal gesagt, wenn er wechselt, dann nach Spanien. Ich wusste nicht, dass Dortmund in Spanien liegt. Dachte ich jetzt. Ach, lass den doch mal durchgehen. Nö. Nö. Oh! Kinder! Kinder! Ja, der war so erschrocken, dass der Ball so schnell zwischen den Beinen durch war. Nee. Oh Mann! Hör auf! Der hat sich hinterher. Was macht der denn? Ah, nehm den Ball weg! Nehm ihn mit! Nein! Abgefälscht! Ich dachte, dann geht er rein. Also, weil er abgefälscht war. Ich hoffe, bei FIFA 16 gibt es zusätzlich zu Bier Pro und auch Bier Schiedsrichter, bitte. Bier Schiedsrichter? Ja, dann nehmen wir den Errer und der entscheidet dann bei solchen Rachen. Das ist es! Das ist es, sagt der Schiri. Der Schiri. Der Schiri sagt, das ist es. Das ist es, das muss es sein! Ob drin ist oder nicht, ich gebe ein Tor. Das ist es auf jeden Fall. Das war so schön. Was machst du jetzt? Jong-Min Son. Nein! 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 Komm, mach es! Mach es, Otze! Der Kiesling steht wieder wie so ein Brocken in der Gegend. Wie so ein Brocken. Ey, den hatte ich, den Ball. Ist mir egal. Ich hatte den. Ach, lass doch mal diese Scheiße. Krieg ich Kretze, weißt du das? Kiesling, ein bisschen schneller wäre. Da wäre der echt gut. Der hat, glaube ich, einen harten Schuss drauf. Ja, der ist gut defensiv. Das ist wichtig als Stürmer. Ja, Schürrle, da musst du aber mal laufen. Der war auch mal in Leverkusen. Das ist eine ganz schöne Hackfresse, ne? Der Schürrle, ja. Oh, der ist noch drin. Steh auf! Komm, Lutz! Pass geht raus an alle meine Homies. Was war das denn? Was denn? Du hast ihn voll erwischt. Ach, was? Der kriegt jetzt auch Kreuzbandriss, wenn er sich morgen hinsetzt. Muss er stehen bleiben. Der Bräune! Gute Parade. Ich habe gesehen, Leno ist Platz 20 von den besten Keepern in FIFA 15. Platz 20? Echt? Ja. So viele bessere? Kann mir nicht vorstellen. Ich habe gedacht, du freust dich jetzt, dass du so einen guten hast. Ja gut, ist die Frage, wie viel gibt es denn? 25. 22! Ja, einige in jeder Mannschaft mindestens einen, würde ich sagen. Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Antwort, ey? Oh, da ging er fliegen. Gleich am Anfang, wo er ein Zeichen setzt, in der 66. 76. Minute. Spiel hat gerade erst angefangen. Es war alles offen. Ja, wo er offen ist, ist ja tatsächlich noch alles. Oh, da sieht man, dass er ihm da in die Knochen geht. In die Knochen rein. So, soll ich mal ein Tor machen, sagst du? Von da? Ja. Das ist ganz easy. Ja. Wenn da kein Keeper gewesen wäre, hätte ich die Leite getroffen. Dann wäre er drin gewesen, ja. Bitteschön. Kiesling, du musst dich ja durchzählen, du bist doch defensiv. Selbst das kann er nicht, weißt du? Ich mag, wenn die sagen, dass der irgendwo im Nirgendwo ist, der Ball. Ja, und dann ein Meter hinter der Auslinie liegt. Klasse Parade vom Torwart, der lässt nichts anbrennen. Oh. Oh. Robin Knoche. Robin Knoche. Hat er mir auch gerade genauso gesagt. Ja, die war super. Richtig gut. Richtig gut. Der Abstoß auch. Richtig gefährlich nach dem Abstoß. Naja. In der Ultimate-Team-Singleplayer-Sache habe ich öfter mit Lampard so Fernschüsse gemacht, die auch treffen. Der hat natürlich auch einen Bums. Ja. Zwar sonst nicht viel, aber das kann er. Ja. Oh, da muss er hin! Oh, ho, ho, ho. Da will er nur aufholen. Ne, klar! Nee, komm her, du Sau! Nee! Komm her, du Sau! Ey, das ist mein Ball! Und alle hören, nie! Ich hör nur im Studio. Im Studio Ball. Im Studio! Ich bin völlig dabei jetzt gerade. Aua. Ja, geil! Genau dahin sollte der Ball, weißt du? Oh Mann, da habe ich gedacht, da könnte ich jetzt was Schönes machen. Aber kein Tor. Mit so einem Schuss kannst du den Torwart natürlich. nicht bezwingen. Er hat das Torwart natürlich nicht bezwingen. Und er hat sich ohne Wille sofort gesehen, dass dieser Ball sich einschlagen wird. Perisic. Höh? Höh? Da habe ich aber nicht hingepasst. Aua! Komm, heul nicht! Mann! Guck mal, jetzt wird er wieder aggressiv in den letzten Minuten. Das gehört in den letzten Minuten, ne? Und jetzt wird er in den letzten Minuten, ne? Und jetzt wird er in den letzten Minuten, ne? Und jetzt wird er in den letzten Minuten, ne? Letzte Chance, hat er gerade gesagt. Und der Osterling, liegt nochmal in der Luft. Letzte Chance, hat er gesagt, Rengo. Nein, da feilt er wirklich ab! Fuck! Ah, das war knapp. Ne. Ne, gar nicht. Krass, da habe ich gewonnen. Das ist schön, das freut mich jetzt. Ich habe ja die meisten Spiele gewonnen zwischen uns. Ja, ja, klar. Keine Überraschung. Revanche. Revanche. Haben wir jetzt, wir haben jetzt nur ein ganz normales Freundschaftsspielsaison. Achso, wir haben eine Saison, alles klar. Genau, vier Spiele noch. Ja. Ja, er lädt. Wie machen wir das jetzt? Bleiben wir bei den Mannschaften oder nehmen wir jetzt immer andere? Äh, weiß ich gar nicht. Ist eine gute Frage. Was sagst du denn? Oder muss der Gewinner eine andere nehmen? So wie es in manchen Hearthstone-Turnieren ist. Dass man nicht mit dem nochmal spielen darf, mit dem man gerade gewonnen hat. Auf welchem Level denn dann? Schlechter natürlich, ne? Ne, weiß ich nicht. Ne. Schade, dass es nicht zufällig gibt hier. Das ist einfach, wenn wir mit zufälligen Mannschaften gegeneinander spielen. Wäre natürlich auch lustig, wenn der Gewinner dann eine wesentlich schlechteren ist. Ja, so machen wir jetzt die Regel. Ja, okay. Ja, okay. Aber welche Mannschaft du nimmst, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren. Ja. Ja. Dann danken wir euch fürs Zusehen. Und es tut mir leid, dass ich nicht gewinnen konnte. Ich sage einfach nur easy. Mehr sage ich dazu nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Sagst du noch was? Ja, ich sage tschüss. Okay.